So und herzlich willkommen bei Woche 5 würde ich sagen. Wie man sieht es ist es oben bei Junk Junction. Es ist ziemlich leicht zu finden. Also man schafft es auch ohne Video würde ich sagen. Es ist ziemlich leicht. So wie ich. Ich versuche das ja immer so zu machen. Aber auf jeden Fall müsst ihr ganz einfach bei Junk Junction oben an diesem Stein landen. Ich bin bei diesen drei Bäumen gelandet, weil ich noch mit jemandem geredet habe. Aber es ist ganz leicht. Ihr müsst einfach bei diesem Stein bei Junk Junction neben diesen drei Bäumen landen. Es ist ganz einfach. Ihr seht es in diesem Video. Und ja dann würde ich sagen viel Spaß mit der Battle Pass Stufe wie immer. Und ja und ich würde sagen man sieht sich bei Woche 6. Ciao.